Weil dieses Problem, wie man sich sozusagen genau jetzt stellt gegenüber einem Staat, der sagt sich zu wehren, aber trotzdem zivile Opfer da eben auch in Kauf nimmt, haben die Deutschen, die Franzosen und die Amerikaner die Schutzmacht. Israel, das heißt es immer, hat auch sich sehr kritisch zu dieser israelischen Regierung geäußert. Warum ist das so? Wie agiert sie in diesem Moment? Und was würde eigentlich passieren, wenn Donald Trump im nächsten Jahr wieder Präsident würde, auch mit diesem Konflikt? Fragen an einen, der Antworten hat. Der langjährige ZDF-Korrespondent in Washington, Elmar Tewissen, ist bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Herr Tewissen, schönen guten Abend. Guten Abend. Wir haben nachgeguckt. Es sind so insgesamt zehn Jahre, in denen Sie jetzt in den Vereinigten Staaten sind. Erklären Sie es uns. Warum ist die USA überhaupt so etwas, wie die Schutzmacht Israels? Hat das historische Gründe? Wo kommt das her? Ja, historische Gründe. Die Anerkennung oder der erste Botschafter der USA, unmittelbar nach Staatsgründung schon dort angetreten. Man sieht sich als Garant der Existenz Israels. Warum? Weil man der festen Überzeugung ist, man braucht eine Demokratie in dieser Region, die keine Demokratien hat. Und das gleich von Beginn an. Israel ist die einzige Demokratie in einer Region von autoritären Regimen. Wir sind für die USA im Grunde genommen der wichtigste Bündnispartner. Für Israel sind die USA der wichtigste Handelspartner. Die USA geben auch Militärhilfen in Höhe von 2,6 Milliarden Dollar pro Jahr an Israel. Allerdings muss man auch klar sagen, Israel ist Atommacht. Das heißt, auch Israel kann selber in dieser Region als Schwergewicht, als machtpolitisches Schwergewicht agieren. Und deswegen ist auch begrenzt, was Joe Biden, Benjamin Netanyahu empfehlen kann. Vor allem, wenn er einen ehemaligen Präsidenten hat, der ihn öffentlich nochmal ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie man das deuten soll, was Barack Obama sich genau gedacht hat, als er sich öffentlich zu Israel geäußert hat. Was Hamas getan hat, war verrückt. Und es gibt keine Justifikation für ihn. Und was auch wahr ist, ist, dass die Überzeugung und was mit Palästinien passiert ist, ist unbezüglich. Du musst die ganze Wahrheit nehmen. Und dann musst du dann sagen, dass niemanden Hände clean sind. Also sehr ausgewogen sozusagen, die Seiten, die da jetzt im Krieg sich befinden, auch einzuschätzen. Warum macht er das? Also es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Ex-Präsident das macht, in so deutlichen Worten. Aber er bildet im Grunde genommen die Zerrissenheit innerhalb der demokratischen Partei ab, wo Joe Biden sehr vorsichtig sein muss, wie weit er im Grunde genommen in dieser Kritik an Israel geht. Er hat nämlich selber den Fehler gemacht, bei dem Versuch zu vermitteln, zwischen Saudi-Arabien und Israel quasi einen Friedensdeal zwischen diesen Staaten hinzubekommen, hat er vergessen, die Palästinenser mit einzubeziehen. Vergessen. Vergessen, kann man ganz klar sagen, weil es war illusorisch zu glauben, dass die Palästinenser in so einem Deal nicht mit am Tisch sitzen können, weil sie schlicht und ergreifend in dieser Nahostwelt eine Zukunft brauchen, eine Perspektive. Also Barack Obama hat das sehr klar ausgesprochen, interessanterweise mittlerweile auch Joe Biden selber. Wenn man die Oval Office-Adresse von ihm sieht, die Botschaft an die Nationen, da hat er ganz klar gemacht, es geht einerseits um den Terror der Hamas. Da stimmt man mit Israel überein, die Zerstörung der Hamas muss das Ziel sein. Aber gleichzeitig hat Joe Biden gesagt, wir brauchen eine Lösung, in der Israel und die Palästinenser in Sicherheit, Freiheit und Würde leben können, eine Zwei-Staaten-Lösung. Also auch klar gemacht, dass man nicht mit blinder Wut, so waren seine Worte, vorgehen sollte, weil Amerika selber erfahren hat, nach 9-11, was passiert, wenn man in blinder Wut, Stichwort Afghanistan und Irak, vorgeht. Er hat gesagt, macht nicht dieselben Fehler, die wir gemacht haben tatsächlich. Also wie stark ist der Einfluss, den die Vereinigten Staaten jetzt auf das haben, was in Gaza passiert? Extrem begrenzt, das hat Joe Biden erleben müssen. Deswegen sagt Antoinette Blinken auf einmal Sätze wie, es sterben zu viele Zivilisten im Gazastreifen. Ähnlich wie Macron das ausgedrückt hat. Die USA wollen eigentlich, dass Israel, wenn es Bomben einsetzt, das muss es, um Hamas zu zerstören, keine 1.000, 2.000 Pfund Bomben wirft, sondern 250 Pfund Bomben, die konzentrierter sind, die weniger zivile Opfer zur Folge haben. Benjamin Netanjahu hört nicht hin, ihnen scheint das wenig bis nicht zu interessieren. Und die USA stehen jetzt vor der großen Frage, wie können sie anderweitig politisch Druck machen? Es gäbe Möglichkeiten, zum Beispiel das Konsulat für Palästinenserfragen in Jerusalem wiedereröffnen, das unter Donald Trump geschlossen worden ist. Ein klares Signal an die Palästinenser für eine Zukunftsperspektive. Und man könnte möglicherweise auch hingehen und die Siedlungen im Westjordanland wieder zu einem Völkerrechtsbruch deklarieren. Das hatte man schon mal getan, auch das hat Donald Trump zurückgedreht. So, das ist der eine Konfliktherd oder Krisenherd, der sich neu etabliert hat. Die Ukraine ist schon lange da und es gibt den großen Konkurrenten China. Da hoffe ich auf eine gute Nachricht, denn heute trifft sich Joe Biden mit dem Präsidenten Chinas in San Francisco. Und wir wissen, wie wirklich angespannt diese Situation und dieses Verhältnis war. Ist das ein Zeichen von Entspannung? Ich glaube ja, allerdings nicht großer Hoffnung, dass man jetzt schon viel weiter wäre als vor einem Jahr. Weil die beschließen jetzt gleich genau das, was sie vor einem Jahr schon mal beschlossen haben. Bevor die Ballons aufgetaucht sind, oder? Bevor die Ballons aufgetaucht sind und die ganzen Zwischenfälle passiert sind. Weil man vor einem Jahr schon beschlossen hatte, man will zu allen wichtigen Themen miteinander im ständigen Kontakt seit Arbeitsgruppen bilden und im militärischen Bereich einen offenen Kanal haben. Genau den gab es die letzten zwölf Monate aber nicht. Deswegen gab es immer fast Eskalationen im Indopazifik. Also man will zurück zu dem, was man schon mal vereinbart hat. Eine gute Nachricht gibt es. Am Dienstag ist ja schon bekannt gegeben worden, dass es einen Klimadeal gibt zwischen USA und China. Das heißt, China ist bereit zum allerersten Mal in Sachen Energie in China auch eine Reduzierung der Emissionen umzusetzen. Ob das dann so kommt, werden wir sehen. So, das ist sozusagen der Blick nach außen. Der Blick nach innen in den USA zeigt die Präsidentschaftswahl, die in einem Jahr ist. Die Umfragewertung für diesen Präsidenten, Joe Biden, sind nicht so gut. Warum eigentlich nicht? Ja, da fragen sich viele in den USA, weil man bescheinigt ihm eigentlich eine gute Wirtschaftspolitik. 4,9 Prozent Wachstum über die letzten zwölf Monate. Eine Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent. Inflation ist runter auf 3,7 Prozent. Aber es kommt offenbar in der Bevölkerung nicht an. Er liegt in den landesweiten Umfragen knapp hinter Donald Trump. Aber ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür. Diese Umfragen basieren auf 3.300 Befragten bei 330 Millionen Amerikanern. Wenn wir das hier in Deutschland in dem Verhältnis machen würden mit Meinungsumfragen, dann könnte man auf die nichts geben, weil sie einfach nicht aussagekräftig sind. Man muss auf die Wahlergebnisse gucken. Und wenn wir die sehen, letzte Woche bei den Wahlen haben die Demokraten sehr viel gewonnen, genauso wie bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr. Gut, dann gucken wir auf die Ergebnisse. Aber trotzdem, es gibt ja Kritik auch daran, dass ein Mensch diesen Alters sich jetzt nochmal bewirbt, der sich verhaspelt, der auch manchmal stolpert. Und dann bei den Demokraten selber gibt es ja auch die, die sagen, vielleicht sollten wir doch mal drüber nachdenken. Und dann gibt es immer dieses tolle Gerücht, Michelle Obama tritt an. Ist das mehr als ein Gerücht? Ich glaube, es ist nur ein Gerücht. 69 Prozent der Demokraten sagen, der ist zu alt, der Joe Biden. Aber wenn sie dann gefragt werden, wem würden sie denn vertrauen, gegen Donald Trump zu gewinnen am Ende, dann sagen die meisten doch wieder Joe Biden. Wenn er es denn halt ist und wenn er gesundheitlich das schafft, er ist zerbrechlich. Das muss man klar sagen. Aber gleichzeitig ist er geistig voll in der Lage, dieses Amt auszufüllen. Das erleben wir, wenn wir ihn bei einstündigen Pressekonferenzen sehen, wenn er gezwiebelt wird von Journalisten. Dann ist er absolut auf der Höhe. Und stolpert nicht. Er stolpert, ja, er übt jetzt, damit er nicht so häufig die Balance verliert, das Gleichgewicht. Das klingt lächerlich, aber die Wahrheit ist, in Amerika gibt es auch in der demokratischen Partei kaum jemanden, der die Octoritas im altrömischen Sinne, also im Grunde genommen den Respekt und den Nachweis, dass er Dinge voranbringen kann, erbracht hat, wie ein Joe Biden. Und deswegen sagen die sich alle, wenn er denn will, dann werden wir ihn auch wählen. Und ich glaube, nach jetzigem Stand hat er relativ gute Chancen. Kommt drauf an, wer sein Gegenkandidat ist. Trump ist es nicht offiziell. Haben Sie einen Zweifel daran, dass der Kandidat der Republikaner im nächsten Jahr Donald Trump heißt? Also wenn Donald Trump nicht zustößt, er ist auch schon 76 Jahre alt, dann ist es eigentlich recht sicher, dass er der neue Kandidat der Republikanischen Partei werden wird, weil er so weit vorne liegt. Selbst wenn er in den Prozessen das eine oder andere Urteil sich einfängt. Ich wollte gerade sagen, wenn ihm nichts zustößt, ist es natürlich interessant bei einem Mann, der eigentlich täglich vor Gericht steht und das, was gegen ihn an Verfahren aufgefahren wird, auch immer kommentiert. Und zwar, das ist nur einer der vielen Kommentare, den zeigen wir Ihnen auf seine ihm eigene Art und Weise. Also hier geht es um Betrug. Worum geht es bei den anderen Prozessen nochmal? Und welcher wird ihm wirklich gefährlich? Das ist ein Zivilverfahren. Es gibt vier Strafverfahren. Das eine geht um Dokumente, nationale Sicherheit. Da hat er beim Golfclub sogar mit seinen Gästen drüber geredet, über Staatsgeheimnisse. Die er aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Die er aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Und in, ich sage mal, Toiletten, also Badezimmern, in Mar-Lago im Golfclub teilweise gelagert hat. Der zweite Fall ist in Georgia. Da geht es um den Vorwurf der Verschwörung. Das ist, glaube ich, sein größtes Problem, weil seine eigenen Berater bereit sind, Deals zu machen mit der Staatsanwaltschaft, werden Aussagen, werden ihn schwer belasten. Das hat schon begonnen. Das könnte zu einer Verurteilung führen. Der dritte Fall ist Aufruf zum Aufstand. Aufruhr in Washington, der Sturm aufs Kapitol. Das ist eben ein Fall, der in Washington noch anhängig ist. Also er hat eine Menge Strafverfahren. Darunter eben auch noch eines in Sachen, dass er Hash Money, also im Grunde genommen Schweigegeld, bezahlt hat, eine ehemalige Pornodarstellerin. Auch das kommt noch dazu. Also man kann eigentlich erwarten, dass er mindestens in ein oder zwei Fällen sich Urteile einfängt. Er könnte trotzdem weiter antreten. Auch, Entschuldigung, und könnte auch Präsident werden? Jetzt mal angenommen, er würde im Gefängnis landen. Er könnte, selbst wenn er im Gefängnis wäre, gewählt werden. Und dann kommt die entscheidende Frage, er dürfte nicht selber wählen, aber er könnte gewählt werden. Und dann kommt die Frage in Amerika, ist im Grunde genommen der Wille der Wähler wichtiger als die Haftstrafe für Donald Trump? Darüber müsste der oberste Gerichtshof entscheiden. Und wir wissen alle, wie Donald Trump den in den letzten Jahren besetzt hat. Weil Sie gerade sagen, das amerikanische System. Es gibt ein Foto, das wir Ihnen zeigen wollen, wir haben diesen Mann kennengelernt beim Sturm auf das Kapitol. Der Schamane, der wirklich berühmt gewordene Schamane. Von dem haben wir jetzt erfahren, nach zwei Jahren im Gefängnis tritt er jetzt selber an und kandidiert fürs Repräsentantenhaus. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen für diese lebendige amerikanische Demokratie? Wie deuten Sie sowas? Das wird ein Lackmustest. Der tritt in einem Distrikt an in Arizona. Das sind Vororte von Phoenix, wo viele Reiche, vor allen Dingen Weiße, 86 Prozent Weiße leben. Die Vorgängerin, die diesen Distrikt bisher hält, der republikanischen Partei, hat über 96 Prozent der Stimmen dort gewonnen. Also er hat dann relativ gute Chancen, auch gewählt zu werden. Aber ich würde mal sagen, er kommt dann eigentlich nur in die Runde der anderen, wie Marjorie Taylor Greene oder Lauren Bebert oder Matt Gatz, die wir alle in den letzten Monaten kennengelernt haben, die das reine Chaos entfesselt haben im Repräsentantenhaus. Und dann ist eben ein Mann jetzt wieder in der Bewerbung, der offensichtlich rhetorisch zumindest die Schraube nochmal angezogen hat. Donald Trump war am Wochenende in New Hampshire und hat beunruhigende Sätze gesagt. Ungeziefer ausrotten, das sagt er bewusst. Das ist die Rhetorik von Mussolini und Hitler. Das ist das Niveau, auf dem Donald Trump jetzt Wahlkampf macht. Alle Bremsen sind raus. Sein wichtigstes Thema ist Vergeltung für das, was man ihm vermeintlich angetan hat beim letzten Mal. Und diese Entmenschlichung, diese Entwertung der anderen in dieser Gesellschaft kommt an bei seinen Anhängern. Und das ist natürlich höchst bedrohlich, weil es würde bedeuten, wenn er ins Amt kommt, dass das Teil seiner Politik wird, die man auch schon jetzt nachlesen kann. Es gibt ein Konzept, das nennt sich Project 2025 von Rechtskonservativen, Anwälten, Politikern, aber auch Medienexperten entworfen. Federführend die Heritage Foundation. Und da kann man lesen, was in allen Bereichen der Gesellschaft umgesetzt werden soll. Und ein Punkt ist eben, auch von ihm im Wahlkampf erwähnt, Internierungslager für alle Zuwanderer, Massenabschiebungen. Und ein anderer Punkt ist, 50.000 Regierungsangestellte rauswerfen gleich am ersten Tag, wenn er im Amt wäre und ersetzen durch Loyalisten. Also, ich sag mal, eine Gleichschaltung im amerikanischen Regierungssystem. Und das wissen die Menschen, die ihn wählen wollen und finden das auch gut? Sie jubeln ihm jedenfalls zu, wenn er solche Sätze raushaut. Nun kann man sagen, unterm Strich hat Donald Trump eigentlich weniger Anhänger, als er sie bei der letzten Wahl hatte, glaube ich. Aber die sind radikaler geworden. Die sind bereit, tatsächlich Gewalt anzuwenden. Unter den Amerikanern sind etwa 8 Prozent, die bereit sind, Gewalt zur Durchsetzung politischer Ziele anzuwenden. Das sind 21 Millionen Menschen. Davon die überwältigende Mehrheit eher im rechten Spektrum. Natürlich auch im linken gibt es einige. Und das ist eine Masse an Gefolgschaft, die Donald Trump mobilisieren könnte. Also die Schlägertrupps auf den Straßen, auch das eine Parallele zu anderen Jahrhundern? Auch das absolut vorstellbar. Und wenn man dem Chefprofiler der CIA glaubt, der ein psychologisches Profil von Donald Trump mit seinen Experten erstellt hat, Gerald Post, leider mittlerweile verstorben, der hat klar gesagt, wir haben es mit einem bösartigen Narzissen zu tun, der in der Lage ist, dieses Land in Gewalt versinken zu lassen, weil er eine Gefolgschaft hat, die ihm blind folgt und ihm glaubt, wenn er sie auffordert, eben Gewalt anwenden zu müssen. Das heißt aber, wenn ich Ihnen so zuhöre, wenn Donald Trump tatsächlich in die Nähe dieses Weißen Hauses oder sogar reinkommt, dann ist was mit dieser alten amerikanischen Demokratie? Sie ist in höchster Gefahr, weil eben eine, ich sag noch mal, Gleichschaltung in den Regierungsbehörden in Washington, flankiert von entsprechenden Trumpisten im Parlament, in der Lage wären, eine Politik durchzusetzen, die keine Demokratie, sondern am Ende ein autoritäres Regime zur Folge hätte. Ich glaube, das muss man auch klar aussprechen. Auch wir Journalisten müssen das tun, weil es keinen Sinn macht, die 20 Prozent in den Reden zu suchen, die rational sind, die nachvollziehbar sind und dann die darzustellen und das andere gewissermaßen unter den Teppich zu kehren. Ich glaube aber, jetzt kommt die gute Botschaft, ich glaube, die Wahlergebnisse, über die wir vorhin kurz geredet haben, beweisen, dass es vielen Amerikanern mulmig wird. Dass, ich glaube, auch im republikanischen Spektrum, im rechten Spektrum in den USA immer mehr sind, die die Nase voll haben von Donald Trump, die ihn nicht wählen würden. Das erhöht die Chancen für die Demokraten. Wichtige Themen wie Abtreibung und andere spielen auch eine große Rolle dabei. Und innerhalb des republikanischen Lagers ist es so, wenn ein anderer Kandidat käme, Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida beispielsweise, würden ihm die fehlen, die Donald Trump als ihren einzig, wahren Anführer ansehen. Sie bekommen für Ihre Arbeit den Hans-Jörg Friedrichspreis. Sie haben diese Arbeit besonders in den Vereinigten Staaten sehr gerne getan. Ist das etwas, was Ihnen Angst macht, wenn Sie daran denken, dass Sie weiterarbeiten? Also wäre es ein Grund, die Vereinigten Staaten zu verlassen? Nein. Es gibt viele Kollegen, die viel schwierige Umstände haben als wir. Wir begegnen vielleicht Leuten, die auf ihrem T-Shirt stehen haben. Nein, aber wenn der dann gewählt würde und dieses Programm umgesetzt hat? Man kriegt einen Vorgeschmack davon. Wenn man auf Trump-Veranstaltungen war, dann wird man beschimpft als Feind des Volkes. Wir waren am 6. Januar hinter dem Kapitol. Wir wurden angegriffen hinterher. Unsere komplette Ausrüstung wurde zerschlagen. Wir hatten am Ende Glück und konnten gehen mit der Kamera. Aber man kriegt einen Vorgeschmack. Und das kann brandgefährlich werden. Nur ich glaube, es ist erstens unendlich wichtig, darüber zu berichten. Das Zweite ist auch, ich habe die Hoffnung nicht verloren. Wir erleben, wenn wir im Land unterwegs sind, junge Leute, die auf einmal mobilisiert sind, an diesen Wahlen teilzunehmen. Wir erleben Latinos in den USA, die ebenfalls mobilisieren, sich registrieren lassen für diese Wahlen. In Arizona und einigen anderen Bundesstaaten könnte das am Ende den entscheidenden Unterschied machen. Danke für diesen doch halbwegs positiven Ausblick. Vielen Dank fürs Kommen, Elmar Thiebissen. Vielen Dank fürs Kommen, Elmar Thiebissen. Vielen Dank fürs Kommen.